Fray Paint, Fray Paint the War Die Actual Foundation gibt es jetzt seit fünf Jahren. Es ist eine gemeinnützige Organisation. Sitz in Lüdenscheid. Und wir haben damals angefangen auf den ersten Shows, beziehungsweise auf der ersten Show, auf der Rebellion Show mit Madball, hat Rico angefangen und zu den Leuten gesagt, spendet uns eure alten Bandshirts, eure Shirts, die auch zu klein sind, zu groß sind. Und als erstes haben wir ein Projekt für eine Schule in Japan unterstützt nach dem Tsunami. Und dieses Prinzip gibt es noch immer. Also die Leute spenden noch immer Shirts, die ihnen zu groß, zu klein sind und wir verkaufen sie weiter. Damals haben wir mit zwei Shirts angefangen und mittlerweile haben wir etliche Designs, was das angeht. Und ja, wir haben mittlerweile sehr viele Projekte, machen sehr viel in Afrika, haben viel in den Philippinen gemacht, machen sehr viel in Deutschland, arbeiten mit einer Organisation, mit unserem Head in Bochum zusammen, haben da ein Haus für obdachlose Jugendliche, veranstalten Medical Camps in Afrika, schicken Wasserfilter nach Afrika, haben einen Überseelcontainer nach Afrika geschickt mit Rollstühlen, Krücken, Rollatoren, Hilfsmitteln. Der ist mittlerweile da, der ist mittlerweile umgebaut in ein Reha-Zentrum, was ich auch sehr, sehr schön finde. Und ja, das ist das ganze Spektrum, was wir abdecken. Die Leute können, wenn sie möchten, nach Bausendorf kommen, nächstes Jahr aufs Riedshofmeer und T-Shirts an unserem Stand kaufen. Die Leute können in unseren Onlineshop gehen, jegliche T-Shirts kaufen, die hier so hängen. Die Leute können uns Ben Merchandise selber spenden, was sie zu viel haben. Die Leute können uns Sachen schicken, wenn es um Rollstühle, Rollatoren, Krücken geht und so weiter, weil damit machen wir Selfies in Afrika zurzeit. Das nehmen wir auch alles gerne. Ja, Klamotten und so weiter. Der Winter kommt demnächst auch, wenn es wieder um Obdachlosenheime, um Flüchtlingsheime geht, Schlafsäcke und so weiter und so weiter. Hi, ich bin Patrick von der Hardcore Health Foundation und ihr guckt kariert. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank.